Ich sehe schon wieder ein bisschen Pipi in den Augen. Mit Schwierigkeiten, ne? Ja, schwerer Tag. Ja, mir fehlen ein bisschen die Worte. Sie müssen gleich an uns sagen, glaube ich, ne? Ja, ich hoffe, Sie können es mir verzeihen, aber ich würde gerne meine Frau und meine Tochter gleich einmal anrufen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist für mich. Aber, ja, ich glaube, ich habe nicht so viel verkehrt gemacht hier. Ich komme als Fan wieder und zeige mich mal das Leben. Aber es ist doch auch schön, wenn man genau so einen Verein verlassen kann, oder? Dass man so gefeiert wird, dass man hier so in Erinnerung kommt. Ja, klar. Also, ich bin hier zur Schule gegangen, ich bin früh hergekommen, ich habe so viel hier erlebt. Von Abstiegen, Ausstiegen, alles, was ich mir erträumt habe. Ja, ja, waren jetzt, glaube ich, zwölf Jahre mit Unterbrechung. Ja, ja. Hier sind viele Sachen passiert. Schön. Ja. Ich würde jetzt sagen, sollen wir uns ja auf den Zaun lassen? Was machen Sie auf den Zaun? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gebe noch mal eine Runde. Ich glaube, wenn ich auf den Zaun gehe, kriege ich heute Krämpfe. Und ich würde ganz gern gleich einfach mal ein Bierchen trinken und das Ganze sacken lassen. Es war dann doch emotional relativ viel heute. Und aus Respekt frage ich gar nicht, wo Ihre Reise hingehen. Das ist nicht das Thema. Danke und alles Gute. Danke. Danke.